Ach so. Draußen gibt's wieder Party. So. Komische Musik, ne? Den Endgegner? Das hört die, glaube ich, nicht. Wenn der Sound ein bisschen seltsam ist, ist es einfach nur mit dem Aufnehmen ein bisschen problematisch. Ich mag die Eisblume nicht. Ich mag die Eisblume auch nicht. Ach so, ich dachte nicht, dass du. Gut, dass man sich gegenseitig nicht wegkauen kann mit dem Eis. Sehr gut. Wir sind Eis und Feuer. Das könnte irgendwie so ein Pokémon-Spiele-Sammlung sein. Gibt's das nicht sogar? Man kann auch sich klein machen, da kann man hier durch. Ich finde das richtig gut. Aber da muss man ein Mini sein. Willst du, Yoshi? Oh, ich krieg beide an Yoshi, ich hab einen gelben. Meiner hat die Gelbsocht. Komm, wir lecken rum. Oh, ja. Französische, Französische Yoshi. Oh, und dann noch ein leckerer Apfel. Ah, Hilfe, Hilfe. Goomba. Hilfe, mein Yoshi. Na, du hast es aufgespuckt. Mit zehn Seiten. Du hast dich aufgespuckt. Warte mal, jetzt muss ich mit Yoshi erstmal klarkommen. Ach so, gedrückt halten und dann geht's. Wenn man sich so, dann fliegt man raus. Okay, gut. Das ist alles ein bisschen anders. Blub, blub. Oh, Feuer. Oh, dir doch nicht. Nein, das ist Mario World. Oh Mann, du bist so blöd. Was hast du da? Ich hätte nicht. Er ist ein bisschen seltsam. Hyperventiliert. Oh, du geile Arsch. Non, non. Ich kann so viel essen. Ne? Achtung. Ich bin oben. So, zwei. Ach, wir werden niemals genug essen können. Ah, Hilfe. Wie sich die Musik auch wieder geändert hat, finde ich toll. Hier ist bestimmt Leben. Ne, doch nicht. Hey. Keine Ahnung. Was war das? Ich denke mal ein Pilz. Oh nein. Wow, du bist ja stark. Komm her. Komm her, Schatz. Komm her. Du bist so stark. Du machst gar nichts. Mönzen. Sind die Mönzen für uns beide? Oh. Das ist ja nett. Pflanzen. Achtung, wir haben noch... Was? Ne, hier ist nichts. Oh, schon gut. Immer gucken, ob irgendwo... Guck mal, du? Ah, scheiße. Ah, 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 ich brauche unbedingt. Hä? Ich will nicht wieder ausspucken. Was ist das denn? Hey, gib mir her. Ja. Oh, toll. Guck mal, da haben wir Geheimgang gefunden. Haha, siehst du? Ich. Guck mal. Doink, doink, doink. Ah, ich mag das Spiel trotzdem. Das ist ja schön gemacht. Ich habe das ja hingespuckt. Ja, meins. Kriege ich nicht wieder. Yeah. Ah, ich vergesse es immer. Ja, danke. Jo, kein Problem. Volles Yoshi-Level hier. Wetten, wie später gibt es überhaupt keine Yoshi's mehr? Das ist ganz oft so. Irgendein Gimmick. Und das später ist dann egal. Oh, hier Holz. Ich Holz. Ja, nochmal. Oh, Hilfe. Ja, toll. Oh. Hallo. Ich habe erst vier. Hm. Hä, ich kann Feuer ausspucken. Warte kurz. Ne, nein, nein. Ich will den. Ist das geil. Guck mal. Könnte ich jetzt auch machen. Wow. Cool. Das Zeug zum Beispiel wusste ich gar nicht mehr. Oh, oh. Auf Toilette gehen. Oh. Was? Fass, fass. Das sieht irgendwie verkehrt aus. Guck mal. Yoshi, ganz ruhig. Ganz ruhig. Warte, 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 warte. Oh mein Gott. Wollen wir ab 18 machen? Hey, jetzt guck mal her. Und der Gummi will zugucken. Nein, Gummi. Du guckst nicht zu. Du hast angefangen. Nein. Geh weg. Geh weg. Oh mein Gott. Was hast du da? Meins, meins, meins. Nein. Aha. Der Spruch ist wieder aus. Nein. Aha. Ich hasse dich. Wieso? Ich hasse dich. Geh hoch. Dann hol das jetzt. Welche? Was wohl? Ja, das kriegen wir auch so hin. Pass mal auf. Ne? Lass mich in Ruhe. Guck mal, du bist so. Und. Ja. Ja. Siehst du? Ah, mein Leben, mein Leben. Danke. Dein Leben? Was ich gut brauchen könnte. Weil du zu dumm bist? So ungefähr. Ah, ich liebe dieses Runterhauen. So. Juhu. Ich hab 1000 Punkte. Ich 8 Tonnen. Toto. So, was trinken. Ja, er trinkt natürlich noch das Schlimmere. Er trinkt die ganze Zeit nur so hart Alkohol, während ich Wasser trinke. Oh, guck mal. Oh, das interessiert mich nicht Toad. Ich mag Toad eigentlich, aber wir kriegen jetzt einen Brief. So, wenn deine Freunde weg sind, stecken deine Leute alle tot sind, bla bla bla. Wenn du retten willst, musst du es alleine tun. Ja, ähm. Das fändelt von ihm. Ja, ein Brief. Auch noch. Ja, schön, auch noch so Briefpapier, ne? Richtig hübsch. Er hätte das dann einfach nicht sagen können. Wurde jetzt, er wurde jetzt gar nicht eingesperrt. Oh, okay. Oh, wir sind einfach zu gut hier spielen. Ja, wir haben alle Gegner umgebracht, die es machen könnten. Ja, aber du bist immer am Weg. Oh, ja, Stern! Ich wollte Toad verarschen. Ich gehe auch wieder auf die Straße zurück. Ja, tust du auch bald. So, guck mal hier. Siehst du unten? Hier war scheinbar ein Geheimgang. Und ich weiß auch wie, wir brauchen da aber einen Minipilz für. Weil da waren ja so, ne? Wo man nur ganz, ganz klein rein konnte in die Röhren. Und ich glaube, da konnte man rein. Hier fach ich eh immer. Zeh mal ab, ey. Also, nur beim, beim Boss. Hau ab! Na, warte. Nö. Du musst ja eh warten irgendwann. Das ist es ja. Und in den Wänden können Geheimgänge sein. Da musst du noch denken. Ich sehe noch keine. Natürlich sind Geheimgänge. Die sieht man ja auch nicht. Bitch, please! Oh, Luigi. Boah, warte. Ja. Nein. Nicht geschafft. Ah. Das ist voll Zelda Musik. So. Nein, hier oben ist nichts. Töt ihn. Sehr gut. Tötet du wieder. Was war das? Ein High Five? In der Luft? Hey! Kommst du? Hallo. Wird auch langsam Zeit. Da unten rechts ist da irgendwas? Guck mal. Aber ich denke mal nicht. Nur die andere Seite, wo man den Mann hoch geht kann. Kann ich irgendwie hin? Ja. Eins drücken. Mache ich ja. Eins und dann schütteln. Ah, ah! Oh, oh! Die Eisbälle sind kacke. Luigi soll ich wiederkommen? Nee. Pass auf. Bist du? Bist du? Jetzt kommst du mal hoch, ey. Ah! Ich wollte nur gucken. Guck mal da. Wir müssen auf die andere Seite. große Münze. Siehst du die? Siehst du die? Du gehst rechts, ich geh links. Wie wäre das? Oder auch nicht. Oder du machst einfach gar nichts. Ah, ich mach das jetzt. Du bist schon wieder im Weg. Dann geh du! Oh, Mann, oh! Wie schlecht bist du denn? Nein! Ich drück eins und bam! Ja, warte! Ich bin für den Hunden! Nein, warte! Ich bin für den Hunden! Oh nein! Hilfe! Hilfe! Wo hängen die eigentlich dran? Das ist hin und her. Und die schweben hier immer die ganze Zeit hin und her. Faszinierend. Ach so, warte. Oh nein! Scheiße! Oh, was ist das denn? Boah! Nichts da. Wollst du rechts? Ich geh links. Ja, sehr gut! Ich komm auch, ich komm auch. Oder warte, ich geh hier. Oder ich sterbe. Bist gestorben? Jetzt hier. Ich hätte mich einfach in eine Blase machen müssen. Wäre besser. Ja, hätte ich nicht alles verloren. Schon gut. Oder doch? Sehr gut! Oh mein Gott! Thanks! Ich wollte gerade sagen, ey! Oh, ich bin groß! Alles wieder gut! Hallo! Oh, es ist so schrecklich, dass man da reinlaufen kann. Das ist wie im Real Life. Wenn vor mir einer läuft, der langsamer läuft. Das sind viele. Das läuft man immer so. Oh, ich kann sich mal beeilen. So. Oh! Ja, das war jetzt... Mich intelligent? Knapp. So, komm her! Wir kriegen wieder zwei Sachen. Oh, gleich das Schlechteste. Komm kommst du wieder her, machst du wieder alles falsch. Ja, die immer. So, tauschen. Wir machen wieder rechts, links. Ich bin ja mehr links. Oh, rechts ist aber die... Rechts ist das, was wir brauchen. Ich denke mal, da musst du von links einen Wandsprung machen. Warte. Da machen wir zusammen. Okay, so ein Level ist zu zweit ein bisschen... Bisschen nervig. Oh mein Gott! Wow! Nein, nein, nein! Ah! Oh mein Gott, ich bin tot. Du musst schütteln. Du musst schütteln. Ne, nicht schütteln, sondern... Welchen Knopf war das? Irgendeinen Knopf konntest du machen, um dich... Ah! Du musst A drücken. Dann wirst du zu einer Blase. Jetzt muss ich erstmal... Der Große, der Große dann. Ach so. Aber ich glaube, dann verlierst du deine Power-Ups. Ich bin mir nicht ganz sicher. Ah, Hilfe! Was? Luigi! Luigi! Oh. Da brauche ich nicht. Wieder nur ein Pilz. Oh! 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 Rutsch! Übertreib! Ja, aber alle! Yeaaay! Siehst du? Deshalb das wir denn erst nicht gefunden haben, das ist echt peinlich. Wow! Wir schaffen das! Schnell, mach! Yeaaay! Wir kriegen beide eine Feuerblume! Wir machen die Endgänge so fertig mit dem Feuer jetzt, wenn wir nicht vorher sterben. Wie doch, nee. Ich sterbe gleich. Ich warte mal hier. Wird da rausgeschoben? Juhu, das ist ja lustig. Nein! Genau, falls du zu weit weg gehst. Ja, dann warte ich erstmal. Oh ja. Oh nee. Oh, 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 warte. Ich will noch eine. Vielleicht verlangt ihr dein Leben. Warte kurz. Dann hau ab. Ja, hau ab, hau ab. Oh, wieso nimmst du mein Leben weg? Nein, das wollte ich nicht. Ich hab doch gesagt davor, geh weg. Ich bin doch hier weggegangen. Ist egal. Du kriegst welche ab, wenn man tauschen kann. Oh, das ist ja die Frage. Aber ich weiß nicht, wie man das machen kann. Oh mein Gott. Lenny, glaube ich. Oder Iggy. Ja, weiß ich nicht. Warte. Er macht mir Angst. Aber nicht mehr mit uns. Oh mein Gott. What? Hallo. Ah, Hilfe. Es ist zwei gegen einen hier, ne? Ah, neun. Es war so klar. Und ich mach ihn kaputt. Ja, ich hab ihn kaputt gemacht. Der Gerät ist kaputt. Gang Rape, komm. Da liegt er doch schon so. Oh, oh. Wer bist du denn? Ah. Mittendrin weg. Schmach. Matt. Warte mal. Kommt doch gar nicht mehr vor, oder? Warum können die weg? Ah, doch. Natürlich. Hätten sie ja vielleicht auch einen Mittelgegner machen können, wie bei Mario Gold. Ja, das stimmt. Immer so einen kleinen anderen. Obwohl, ich hab glaube ich nur ein Mittelgegner besiegt, ne? Ich glaube schon. Ja, da gibt's halt Rizorosnuss. Ja, genau, genau. Das Speichersystem finde ich scheiße bei dem Spiel. Bei Mario Brothers überhaupt. Weil das DS-Spiel hat mir da ein bisschen weniger Spaß gemacht. Wenn man immer nur speichern kann nach einem großen Turm oder so, muss man weiterspielen. Ich hätte lieber, dass man zwischendurch einfach Spiele machen darf. Ne, will ich nicht. Du bist jetzt verantwortlich fürs Eis. Wasser. Unter Wasser. Oh nein. Warte, pass mal auf. Ich spucke, sonst wird alles hier zu Eis. Oh, doch nicht. Alles. Ich kann Feuer spucken unter Wasser. Just saying. Du bist hier. Aber deins ist wichtig, weil dann können wir nämlich hier oben rauf. Ah. You understand. Ah, will ich nicht. Ah, geht weg. Nimm die obere dann einfach. Ich hab doch schon zwei. Das sind Punkte. Punkte sind so wichtig bei Mario. Ah, Münze, Münze. Aber wie bekomm ich bitte Leben? Ah, ich hab doch hier. Ah, was ist denn das? Ah, ah, ah. Spa. Wow. Therapie. Hier oben könnte nämlich was sein. Da müssen wir im richtigen Moment einen Gegner, den ich gerade alle töte. Ja, ich merk schon. Vereisen und dann kann man oben rüber. Ach, komm ich mir auch mal einen. Ach, egal. Dann doch nicht. Hier. Da Eisen. Vereisen. Vereisen. Weisen. Den hier den Großen. Den Großen. Hilfe. 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 Jetzt müssen wir da. Hier siehst du. Da oben. Okay. Verarsche. Ne, okay. Dann geht's halt weiter. Nächste. Äh, äh, äh. Da gibt's Sushi. Ah, ne, Sushi ist ja. Oh, ich war oben. Sehr gut. Info. Fuck, 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 fuck. Ich bin voll. Ich helfe dir mit Feuer. So wie ein Fisch. Ui, 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 ui. Wenn die Delfin, ja. So. Ach, jetzt können wir es aber nicht mehr schaffen. Ich finde das lustig. Bringt überhaupt nichts, aber. Hadouken. Ich würde mir jetzt schon sagen, die Delfin ist ein Fischer. Ah, ja. Achtung. So. Leben. Ja, brauche ich jetzt auch nicht. So. Warum ist das eigentlich zuerst da? Na, was soll's. Brauche ich dir überhaupt nichts. Oh. Na dann. Oh. Ich geh mal dahin. Wo können wir mich da rum? Oh. Zuzah. Wir hatten das jetzt. Oh, die Ärzte. Ja, pass auf. Was ich gar nicht. Eine zuschnappende Muschel wird dich wohl treffen. Ja, aber ich fange mir die Münzen holen. Ja, zwei Münzen. So. Lohnt sich. Lohnt sich total. Oh, egal. Oh. Drück mal von unten. Mach du mal. Mach du mal. Falls da nämlich eine Eisblume drin ist. Ah. Sehr gut. Ah. Schnell. Du musst aufholen. Hilfe. Hol dich. Ich hasse was im Wasser. Ich hasse was im Wasser wirklich im Wasser ist. Ah, ich weiß nicht. Ich kann was im Wasser überhaupt nicht spielen. Ich kann so nicht spielen. Weißt du, aber im Wasser geht gar nicht. Ja, Wasser ist auch ein bisschen langweilig finde ich. Oh. Immer die ganze Sitz. Schaff, 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 schaff. Verdammt. Ach, komm her. Den können wir auch so holen. Ah, doch nicht. Oh ja, Baby. Oh ja, Baby. Oh ja, Baby. Wir müssen oben rüber. Lass uns mal mitkommen. Ah da, jetzt. Da war doch alle. Warte, warte, warte. Nicht wegauen. Warte, warte. Wir müssen das so machen. Ich mach das jetzt so. Wie denn? Ich warte und geh hier rüber. Ich denke mal, ich hoffe es geht rüber. Ich weiß es nicht ganz genau, aber ich hoffe aber. Ach ja, das dauert. So, wir dürfen bloß nirgends gegen kommen. So. Nein, nein, nein. Warum? Nee, da oben. Oh, das ist fies. Ich mach mal Pause. Mit Picker. Oh, hast du noch geschafft? Ja, die wollten einen verarschen. Oh, oh. Jetzt musst du da lang. Schnell. 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 Schlecht. Und da müssen wir jetzt. Wie kommen wir denn da runter? Warte. Da müssen wir uns runterdrücken lassen vielleicht. Ach ne. Wir mussten einfach nur zudrücken. Schon gut. Wir haben alle. Danke, danke. Kriegen Applaus. Du absteckst. Du ertrinkst einfach mal so ein bisschen. Ja, okay. Nichts. Ja, hol dir die Leben, aber stirb dabei nicht. Ich bin nicht gestorben. Ich töte mal dieses fucking Ding hier. Ja, jetzt können wir die eigentlich auch nehmen. Toll. Warte. Ich mach. Hol dir die Feuerblume. Ich töte sie. Ich töte sie. Ich töte sie. Ach so. Bitch please. Ach so. Natürlich. Jetzt kannst du da hin. Das Leben holen. Ey, lass mich rein da. Ey, lass mich rein da. Ey, lass mich rein da. So ein Kack. Kack. Schee. So. Ach so, wir sind immer noch. Lustig. Jetzt ist Feuer wieder besser. Ich shred it. Pass auf. Pass auf, pass auf, pass auf über dir. Alter. Boah, wir sind vorher Kamikaze. Kommando hier. Komm oben rüber. Puh. Luft geholt. Puh. Guck mal, wie Luigi springt. Yeah. Oh. Nein, nein, nein. Ah, besiegt das bitte, das Teil. Oder auch nicht. Mir egal. Heute ein Leben. Kriegt mich nicht. Oh mein Gott. Guck mir nicht unter den Rock. Hauf. 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 Hauf damit. Schnelle runter. Schnelle hoch. Guck mal, das Viech. Oh mein Gott. Ich hab's gar nicht gesehen. Was geht's? Wuhu. Und. Oh ja. Ja. War auch viel zu tief unten. Tief unten. Luigi Mario. Zum Glück war's das mit der Wasser, oder? Welt, was kommt jetzt? Ja. Wir sind jetzt immer gegen einen riesen Goomba kämpfen. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Keine Ahnung warum das da ist. Oder auch nicht. Ich hab's gar nicht gesehen. Ich hab's gar nicht gesehen. Was macht's. Oh mein Gott. Wir sind so sehr. Vielen Dank.